Für unsere Hannoveranerinnen und Hannoveraner würde ich vielleicht auch noch mal ein paar Wörter an euch richten, warum wir hier stehen, warum ihr euch fragt, warum so viele Bilder von so vielen jungen Menschen hier sind. Ja, das sind Menschen, die entweder hingerichtet wurden im Iran oder kurz vor der Hinrichtung stehen. Und genau dafür stehen wir hier. Wir wollen darauf aufmerksam machen, was im Iran seit über Jahrzehnten los ist, wie Menschen in einem Terrorregime leben und tagtäglich festgenommen werden, geföltert werden, ihre Rechte werden entzogen. Und das mit einem Regime, das nur an Macht und Geld interessiert ist. Und dafür stehen wir hier. Und auch noch mal für die, die das vergessen haben. Im September 2022 hat die erste feministische Revolution in einem Land begonnen. Von einem Volk, das seit Jahrzehnten unterdrückt wird. Von einem Volk, das so leidet, dass ich gesagt habe, ich möchte lieber heute sterben, als noch einen Tag länger unter diesem Regime weiterzuleben. Denn das, was ich hier habe, ist kein Leben. Die Menschen sind, tausenden Menschen sind auf die Straße gegangen, im gesamten Land. Und der Iran ist ein Riesenland, fünfmal so groß wie Deutschland, mit 85 Millionen Menschen, mit einer Kultur und mit einer Vielfalt, die so einzigartig ist. Religion, Bevölkerung, Sprachen, auf einem Riesenfleck Erde, das sich nichts anderes wünscht als Freiheit und Demokratie. Dass sie endlich auf die Straßen gehen kann, tanzen kann, singen kann, ohne sein Haar zu bedecken, ohne festgenommen zu werden, ohne Angst zu haben, verfolgt zu werden. Dafür geht sie auf die Straßen und dafür kämpft sie. Und dafür sind wir hier, um genau darauf aufmerksam zu machen. Denn wir hier in Deutschland und in Europa, wir genießen eine Demokratie. Wir hatten erst neulich unsere Europawahl. Und es zeigt immer mehr, wie deutlich, wie wichtig es ist, dass wir unsere Demokratie nutzen, dass wir unsere Stimme nutzen. Und für die eine Stimme zu sein, die sie nicht haben. Weg, 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 mulamos weg! Weg, weg, weg! Weg, 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 weg Untertitelung des ZDF, 2020